Die außergewöhnliche Vererberin Taku aus dem Züchterhaus der Familie Gellha bringt hier ihr sechstes Auktionsfohlen. Die prämierte Tochter Top Model ist für das Gestüt Murthal in Österreich mehrfach in Klasse S erfolgreich, die sechsjährige Tochter Tesla erntet aktuell mit Kim Pfeiffer M Platzierungen, der Spitzenreiter Top Secret war 2023 Trakena Reitpferde Champion und der letztjährige Top Star gehörte zu den Preisspitzen der Auktion in Münster-Handau. Der diesjährige Partylook-Sohn Top Look ist genauso unnachahmlich in den gehobenen Bewegungsattributen, wenn er sich vom Fleck weg mit imposanter Selbsthaltung in Szene zu setzen weiß.